moin hier ist mike grüße dich big player pen ein bisschen aus dem nähkästchen plaudern hier also falls du mal das gefühl haben solltest du willst irgendwie expandieren erfolgreich sein mit dem was du tust richtig gut sein dann kann ich dir nur raten gibt einfach nicht auf bleib einfach dran kündige nicht sagt nicht dass es irgendwie nicht funktionieren kann weil es gibt natürlich je mehr du anfängst größer zu denken und dir was vorzunehmen und vielleicht auch mal ein bisschen wie man so schön sagt über den teller ranzuschauen erfolgreicher zu sein du wirst definitiv definitiv momente kriegen wo die barriere dir zu groß erscheinen wird aber da also ich kann aus eigener erfahrung sagen wenn ich an jedem projekt was ich selber gemacht habe dran geblieben wäre dann würde ich jetzt hier nicht mit einem hyundai i10 durch die gegend fahren sondern mit einem ford mustang und du könntest mich sehr wahrscheinlich gar nicht mehr hören so laut würde der brummen weil ich mir darum keine sorgen mehr machen brauche die kohle stimmt du kannst dir freiheit erkaufen weil geld bedeutet ja auch mehr zeit für die dinge zu haben die du tatsächlich in deinem leben machen möchtest also geb einfach nicht auf wenn es mal richtig hart kommen sollte kannst du gerne mir schreiben ich kann dir bestimmt den ein oder anderen guten tipp geben oder wir können mal schnack mal telefonieren kann ich dich aufbauen so dass du weitermachen kannst du erklärst mit das projekt wir gucken auch da vielleicht irgendwie ein haken dran ist so dass du dann wieder die energie hast um das ding bis zum erfolg durchzuziehen ja es wäre ganz super wenn du mir das schreiben willst kannst du gerne meine e mail adresse verwenden und das ist mike mike lüte l u e t h e at google mail.com und ich werde so schnell wie möglich dir dann darauf antworten und ich freue mich auch darauf da eine resonanz zu kriegen oder du schaust dir einfach noch mal ein anderes video an oder irgendetwas wo du das gefühl hast ja das baut dich wieder auf das gibt ja wieder dieses gefühl jetzt hast du wieder den bis wie du vielleicht am anfang hattest aber geht einfach nicht auf weil die belohnung durchzuhalten wird am ende größer sein als du dir vielleicht vorgestellt hast ja das war schon für dieses video wir sind hier in hamburg die sonne scheint daher auch wieder die brille und wir sehen uns dann auf dem nächsten video dann sag ich mal tschüss